Was geht ab? Ich bin Kassportfreund und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Die UFC-Ranglisten haben sich nach diesem Wochenende von mega heißen Kämpfen natürlich aktualisiert und es gibt sehr, sehr interessante Neuigkeiten in diversen Ranglisten, vor allem in der UFC. Im Weltergewicht ist nämlich sehr, sehr viel passiert, das wissen wir, auch in der Pound-for-Pound-Rangliste, sowie auch im Federgewicht, weil da ja auch ein interessanter Kampf stattgefunden hat. Marcin Tibura im Schwergewicht ist zum Beispiel auch auf die Neuen gestoßen, ist jetzt in der Top 10, einfach weil er dort abgeliefert hat. Und im Weltergewicht, ganz, ganz spannend, Hamza Chimaev ist jetzt einfach in der Top 3. Gilbert Burns war vorher der Drittplatzierte im UFC-Weltergewicht in der Division, die Kamaru Usman regiert. Hamza Chimaev hat jetzt einfach durch diesen Sieg 8 Plätze an Sprüngen nach oben gemacht in der Division von dem Platz Nummer 11 auf die 3. Und jetzt will er auch direkt weitermachen, will direkt weiterkämpfen und will an dieser Stelle auch natürlich Gas geben. Hamza Chimaev ist jetzt vor Gilbert Burns, welcher jetzt auf der 4 ist, Leon Edwards auf der 2, Kobe Covington natürlich auf der 1 und Kamaru Usman, der Champion im Weltergewicht. Auf der 15 ist dann immer noch Shavkat Rahmonov, welcher jetzt gegen Neil Magny, welcher auf der 10 ist, halt kämpfen wird. Und dort wird Shavkat ebenfalls näher kommen und die Division auch ein bisschen aufrutteln und natürlich auch heiß machen. Dieses Wochenende erwarten uns Kämpfe in der Top 5 zwischen Vicente, Luke und Belal Muammat, den 5 gegen den 6 Platzierten, welcher auch sehr, sehr relevant und interessant sein könnte. Wir alle wissen, Leon Edwards ist weg, der ist gebucht gegen Kamaru Usman, der einzige Kampf, der Sinn macht für Hamza Chimaev ist Kobe Covington. Er hat jetzt auf Twitter gepostet, dass er gegen Usman, Leon Edwards oder Kobe Covington als nächstes kämpfen wollen würde und zwar in Abu Dhabi. Hat gefragt, wer ready ist und Hamza Chimaev ist auch schon wieder im Training, ist wieder hungrig, hat wieder Lust weiter zu kämpfen und will auf jeden Fall nicht einen Schritt zurück machen in der Competition, dass er jetzt gegen den 5 oder 6 Platzierten kämpft, sondern er will wirklich die 1, will die 2 oder will Kamaru Usman. So, das sind die Kämpfe, die ihn jetzt interessieren. Die Kämpfe, bei denen er auf jeden Fall auch intelligent kämpfen müsste in der Zukunft, wenn er gegen die Top Elite ein grünes Licht sehen will. Wir haben gesehen, gegen Gilbert Burns hat es trotzdem gereicht, obwohl Hamza Chimaev da gebrault hat, aber die anderen sind halt wirklich Cardio-Monster und wenn du die nicht wegmachst, dann wirst du in den späteren Runden halt wirklich auch weggemacht und zerstört. Wir haben es gesehen, Masvidal konnte kaum atmen nach der 5. Runde, während Kobe Covington noch fresh war wie sonst was und der hat 5 Runden durchgerungen. Also da muss man wirklich heftige Cardio haben. Ich denke, Hamza Chimaev hat viel Potenzial. Ansonsten, Alexander Volkanovski hat Israel Adesanya auf der Pound-for-Pound-Rangliste überholt, ist jetzt auf der 2, Kamaru Usman immer noch auf der 1. Und ja, Volkanovski will als nächstes entweder gegen Charles Oliveira kämpfen, was ich auch geil finde, oder natürlich die Trilogie gegen Max Holloway. Da gibt es sehr, sehr viel zu holen, Freunde. Richtig, richtig geil, wie die UFC-Division momentan abgehen. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Bis zum nächsten Mal, hier bei No Time in May.